Der Edensplinter ist unter dem Buckingham Palace. Wir haben, was wir brauchen. Jetzt können wir das Eindringen planen. Warte, wir brauchen eine visuelle Bestätigung. Wenn wir da reingehen, müssen wir absolut sicher sein. Wir haben nur einen Versuch, bevor Ortsuberg sich auf uns stürzt. Da muss ich schon recht geben. Wir gehen beim Palast in Stellung, aber wir warten, bis du die Daten synchronisiert hast, bevor wir losschlagen. Nun hängt alles von dir ab, Novice. Du kommst spät. Staric setzt sich schon in Bewegung. Der Edensplitter ist irgendwo im Buckingham Palace. Soll er ihn haben? Ich hab deine Stümpereien in der Stadt verfolgt. Vielleicht solltest du meinem Urteil vertrauen. Ich hab Starics Handlanger getötet. Und was hast du gemacht? Fragen wir doch Henry. Sollen wir? Ich hab deine Fehler korrigiert. Überhastet ist nicht schnell genug. Hör auf, Vater zu zitieren. Das ist Plato. Und es tut mir leid, dass mein Plan nichts enthält, was du zerstören kannst. Vater hatte recht. Er hat deine Methoden nie gut geheißen. Vater ist tot! Genug! Ich habe Neuigkeiten von meinen Spionen. Auf dem Palastball heute Nacht willst du direkt den Edensplitter stiehlen und dann die Führer von Kirche und Land eliminieren. Ja, ja! Da hast du sicher zwei! Und hiermit ein herzliches Willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate! Welch unerwartetes Vergnügen, sie beide zu besuchen! Was gibt es Neues auf der Straße? Mrs. Disraeli, wir haben etwas innerhalb des Buckingham Palace entdeckt, dass womöglich eine Gefahr... Was meine Schwester sagen möchte, ist, dass wir Zugang zu dem Ball heute Nacht benötigen. Oh, unmöglich! Selbst wenn zufällig noch ein paar Einladungskarten übrig wären, was nicht der Fall ist, dann könnte jemand ihres Standes... Wenn dieser verdammte Nagletstone heute Abend anwesend ist, können sie meine Karte haben. Perfekt! Dann gehe ich allein. Mrs. Disraeli, falls sie so freundlich wäre, meinen geliebten Bruder über den Wohnort der Gladstones zu unterrichten, kann er vielleicht sein Talent einsetzen, um deren Karten zu konfiszieren. Amüsant! Hast du gehört, Dissi? Sie ist so geil! Danke, dass du mich dafür meldest, Schwesterherz. Oh, gern geschehen. Mein Bruderherz. Nun, Mrs. Disraeli, entschuldigen Sie mich bitte, ich muss den Maharaja aufsuchen. Ich habe den Verdacht, dass sie eine zweite Ausführung eines gewissen Gewölbeplans hat. Tja, dann schleichen wir uns doch mal auf den Ball. Ist doch was Nettes. Und wir klonen ein paar Karten. Vorlage Maximum Dracula. Okay. Evi hat vielleicht Nerven. Er handelt mich wie ein Kind. Viel Fähigkeitenpunkte erhalten. Oh, krass. Drei verfügbare Fähigkeiten. Okay, das ist wieder das falsche Mini wie immer. Und dann matzen wir doch unseren Jacob mal auf. Ja, was nehmen wir denn da? Jacobs Fähigkeiten. Kaufen wir doch mal locker. Verteidigung 3. Level 7 erreicht. Äh, Level 8 meine ich. Entschuldigung. Level 8 klingt doch gut. Denke ich doch. So. Ja, was machen wir denn jetzt? Dann müssen wir mal auf die Karte gucken und wieder rausgehen. Und schon wieder in den Fähigkeitenbaum gehen. Oder auch nicht. Überlegen. Ha, was machen wir denn da jetzt? Oh, 19.000 Geld. Hm, das ist viel. Das ist genug. Damit können wir mal auf den Shoppen gehen. Herstellung. Ich liebe diese Waffe. Einfach mal ein bisschen rumsuchen. Was haben wir denn da Schönes? Was können wir denn anziehen? Was könnte man denn herstellen? Hm, alles hat eine Frage derzeit. Ja, genau. Also, was nehmen wir jetzt? Hm, vergangen halt Sarah. Was tust du da? Was machst du da? Wonach suchst du? Womit kann ich dir helfen? Wahrscheinlich gar nicht. Ich hätte das Spiel nämlich unlängst aufgenommen. Warum kauft sie nichts davon? Das wäre voll schlau. Sie hätte unglaublich viele Punkte. Kauft doch eine, die Socke. Tatsache, sie hat den gekauft. Sie ist gut. Sie macht das echt gut. Diese ganzen Gegenstände müssen einfach mal hergestellt werden. Das ist doch alles Kacke. Der wäre echt cool. Oder der? Ich benötige Level 10. Bäh, 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 bäh. Ja, kaufen wir den doch mal. Oh, ich liebe dieses Messer. Das ist fantastisch. So, können wir jetzt mal loslegen? Das Haus der Gäste uns erreichen. Keinen Polizisten töten. Mann, das ist gar nicht so einfach, keinen Polizisten zu töten. Aber nebenbei sind die auch echt, echt stark. Wenn ich jetzt mal, wenn ich mich da richtig dran erinnere, einkommen. Ja, einfach mal 1000 aus dem Safe nehmen. Ist ja nicht so, dass die Widers ja nicht braucht. Die Widers ja nicht braucht. Die Widers braucht kein Geld. Nein, wenn wir jetzt wählen. Ich will hier raus. Lass mich hier raus. Ich liebe diesen Handschuh. So. Wo müssen wir denn hin? Da haben wir doch etwas Grünes. Äh, brauchen wir erstmal ein Aussichtstürmchen. Aussichtstürmchen. Haben wir keinen Aussichtsturm? Warum nicht? Da ist einer. Doch, da ist einer. Nimm ihn. Nimm ihn. Nimm ihn. Längs bei dir. Ja, zoom rein und raus. Das macht dich, das macht dich, das macht dich, das macht dich natürlich alles besser. Das ist Strand. Nimm ihn doch einfach. Mann, nimm den Aussichtspunkt, Mädchen. Los. Los. Wonach sucht die denn, die Olle? Nein, das ist auch kein Aussichtspunkt. Das ist sehr anstrengend. Wonach sucht die denn? Könnten mal einkaufen, geben wir immer noch zwei Wurfmesser. Das Ding ist einfach mal verdammt nützlich. Wir können überall hin. Aber irgendwann wird die Jacob die Füße brechen. Ich sehe es schon kommen. Irgendwann wird sie es tun. Die läuft halt jetzt nicht dahin, oder? Wir klauen uns einfach eine Kutsche. Ja. Wir klauen uns einfach eine Kutsche. Obwohl ich doch gar nicht Kutsche fahren kann. Und wir wahrscheinlich jeden anrempeln, wo es nur geht. Ich kenne mich doch. Ich sehe das schon kommen. Und Fahrkünste besitze ich nicht. Zumindest die Vergangenheit Sarah nicht. Ob mich die jetzige Sarah das beherrscht, weiß ich auch nicht. Nicht so schnell. Wir wollen ja keinen Unfahren. Dass Sarah ja keinen Aussichtspunkt findet. Wir wollen ja niemanden anrempeln. Also gehen wir ganz sanft in die Kurve. Und noch mal sanft in die Kurve. Mutwillige Zerstörung. So. Noch über einen Kilometer, dann haben wir es geschafft. Dann sind wir durch ganz London gefahren. Dann haben wir einen schönen Ausflug gemacht heute. Glaube ich zumindest. Und wir können nicht mal gerade ausfahren. So betrunken ist Jacob schon. Vielleicht war die Vergangenheit Sarah ja betrunken. Hm. Man weiß es nicht. Nein, ich war natürlich nicht betrunken, als ich das aufgenommen habe. Du versperrst mir den Weg, Mann. Und er hat das natürlich schon umkorrigiert. Wo sind denn die ganzen bösen Typen? Sieht ein bisschen aus wie Jack Boy and Charlie. Da ist der böse Typ gewesen. Also einer von denen. Ich hoffe, das wird einfach, die Karten zu klauen. Karten und Kofferklau. In der heutigen Episode. Na, ist das anstrengend. Oh, wenn ihr immer mal den Baum mit. Aber hey, noch 200 Meter, dann haben wir es geschafft. Ich sehe schon. Ich sehe es schon. Ich sehe das Ziel. Es ist direkt vor unseren Augen. Und wir parken einfach mal hier mitten auf der Straße. Das ist eine tolle Sache. Wo läuft die denn? Ich glaube, sie hat einen Verkäufer gesehen. Ja, hat sie. Fantastisch. Ja, alles supi. Danke. Und jetzt nehmen sie natürlich wieder die Kutsche. Obwohl es direkt vor ihrer Nase ist. Das Ziel. Direkt da. 90 Meter. Ist die faul. Die ist so faul. Sie ist so faul, Mann. Parken kann sie auch nicht. Kutschen fahren kann sie auch nicht. Sie kann gar nichts. Reden. Reden. Danke. Mist. Der letzte Standort. Och. Nummer 500 Meter. Ihr habt aber nicht alle. Hier. Gib mir mal deine Gutsche, Mann. Dankeschön. Vielen Dank. Ich fahre dann mal. Ich bringe sie nachher wieder. Nicht. Tschüss. Machen sie es gut. Die bloß nicht anrempeln. Die sind böse. Oh. Entschuldigung. Entschuldigung. Süßes kleines Pferdchen. War nicht mit Absicht. So. Rechts. Und geradeaus. Und weiter geradeaus. Und, äh, ja. Das, äh, ja. Ich bin ein tolles Navigationsgerät, Meckel. Jetzt rechts, bitte. Jetzt links, bitte. Jetzt wieder rechts, bitte. Ich bin ein tolles Navigationsgerät. Vorsicht. Scooter voraus. Ein schönes Überholen, meine Damen und Herren. Und, äh, ja. Jetzt links, bitte. Oh, so, Mädchen. Das ist ihre Spur. Reuter geradeaus. Reuter geradeaus. 200 Meter. Ich pack mal dann. Tschüss. Macht gut. Meine Damen und Herren. Oh, toll. Soll Mr. Gladstones Einladung stehen. Eine private Veranstaltung. Die haben bestimmt nichts dagegen. Okay, wir kommen da garantiert nicht so rein. Also gehen wir einfach übers Dach. Wie wir, das ist halt immer so drüben. Ne? Oh. Und damit haben wir schon verkackt. Wo steht denn da rum? Okay, da liegt die Einladung. Ich mag ja die Mr. Dieser Reilly. Und der Mr. Dieser Reilly. Die sind cool. Die sind voll in Ordnung, Mann. Mr. Gladstone. Darf ich mal Ihre Garte klauen? Vielen Dank. Und Totsprung. Wuhu. Ihr habt mich nicht gesehen. Ein weniger. Als Frau und als Christin. Wow. Okay, da läuft die ganze Polizist rum. Level 8 locker. Locker. Jetzt können wir eigentlich rüberlaufen und klauen. Oh. Oh nein. Scheiße. Kacke. Oh, oh. Böse, böse, böse. Vielleicht sollte ich mich auch bewegen. Ja. Daneben. So, jetzt bin ich schon wieder egal. Und Versuch nochmal zwei. Starten wir jetzt. Hätte ja funktionieren können. War schon gut. War schon gut. Aber schon wohl nicht gut genug. Und. Komm, schieß schon. Mann, warum schießt du denn nicht? So, immer so viel es geht mit dem Messer töten, ohne gesehen zu werden. Das ist eine tolle Idee. So, nochmal ein Todessprung. In der Hoffnung, nicht gesehen zu werden. Jetzt bist du auch keine Hilfe mehr. Nichts, nichts. Ich weiß gar nichts, Mister. Kommt zu mir, mein Junge. Du bist gleich mein. Ich bin ein Vampir und ich bin todeshungrig. Oh, ein Wurfmesser haben wir gekriegt. Das war mal nett von dir. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Komm, die sind alle weit genug weg. Lauf, Sarah, lauf. Lauf. So, jetzt muss der da hinten nur noch weglaufen. Lauf schon weg. Lauf weg. Geh weg. Geh weg. Nein, das machen wir besser nicht. Okay. Ja, das war bestimmt eine ganz tolle Idee. Versteck schon. Versteck dich schon. Okay, interessiert wohl keinen. Okay. Okay. Ihr kommt wahrscheinlich nicht hoch. Darf ich mal? Dankeschön. Das ist aber lieb von dir. Mann, das war jetzt aber einfach. Auch wenn ich einen zweiten Versuch gebraucht habe. Misses lässt nur eine Einladung stehlen. Wo die Olle sich wohl auffällt? Ich glaube, das war leichter. Weil mich zu erinnern, dass das leichter war. Aber das war es auch schon mit der heutigen Folge. Assassin's Creed Syndicate. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und ich bedanke mich hiermit fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.